So, sind wir mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir spielen nämlich Cave Story Plus. So heißt es auf jeden Fall. Was das aber für ein Spiel ist, das weiß ich nicht. Vom Bild her könnte es tatsächlich schon sehr besonders sein. Aber das hat ja nichts zu sagen. Wir wissen ja, auch besondere Spiele können tatsächlich wirklich sehr gut sein. Uh, okay. Ich drücke Z. Nein, es ist wirklich nicht Z. Es ist diesmal wirklich Y. Okay. Ähm, nee. Ja, das sieht schon besser aus. Okay, wir haben auch hier Panisisch. Wie sieht denn das Original aus? Äh, nee, wir machen mal die neue Version. Und auch die Mastat Version. Und gehen mal in das Story Modus rein. Ähm. Äh, wir spielen zum ersten Mal. Ist, glaube ich, das Einfachste. Oh, muss das mal so ein bisschen, äh, anschauen, ne? Äh, wir spielen jetzt schon mal in – äh. Äh, wir spielen jetzt schon bald. So, wir sind hier als Starting Point, wir können uns bewegen mit den Pfeiltasten. Okay, und mit Y springen, okay. Yes, game saved, nice. Life with the Pfeilt, okay. Oh, okay, das ist er, okay. Okay, 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 ich verstehe es jetzt so langsam. Nein. Okay. Also, wenn der Anfang so schwer ist, ne? Ah, geht doch. Nein, runterdrücken. Das ist interessant, du musst runterdrücken. Ähm. Oh. Okay. Yes. Starte ich hier? Nein, ich starte nicht hier. Okay. 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 Gut zu wissen. Gut, ich kann mal die Kamera bewegen. Okay. Aua. Aua. Okay. 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 Ich glaube, ich sterbe noch mal. Ich glaube, ich sterbe noch mal. Freiwillig. Ich sterbe noch mal freiwillig, um das jetzt noch mal im ordentlichen Zuge hier zu probieren. So. Also, da ist tot. Ah, dann haben wir unser Leben jetzt erhöht, von drei auf sechs. Nice. Ich Fascist. Äh. Ich versuche'. Ich versuche das. Ne Polestar So, wir sind zurück, wir haben jetzt die Okay So so natürlich kommt jetzt auch noch das natürlich was mich natürlich stört dass mich jetzt hier einmal kurz rausgetippt werde es es ich werde auch noch runter Ich gehe nochmal in den Safe Raum, einfach um hier zu saven, yes, und dann nochmal das Life-Off-Film, Safe Raum ist Safe Raum. Oh, Level Down. Okay. So, wir sind in der Miami Village. Okay. Go! 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 Wir sind wieder angekommen und ich gehe erstmal safe. Wir sind wieder angekommen. 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 Okay, okay, okay. Ich probiere es nochmal. Danke, Quatsch. Hör ich mir jetzt nicht an. Hier ist doch irgendwas, oder? Ja, ich bin wieder angekommen. Jetzt gehen wir ganz schnell hier rüber. Ach, ich bin wieder. Ach, ich bin wieder angekommen. Shit. Shit. Yes. Okay, nochmal. Ich kann ja nicht so schwer sagen, ne? Einfach da mal kurz hin und den umbringen, das Schimmer und erholen. Okay, ich gehe nochmal zurück, ich gehe nochmal zurück, um hier nochmal Luft zu holen. So, ich mache hier jetzt schon ein bisschen. So, ich mache jetzt schon Button-Mashing. So. Ich mache hier schon Button-Mashing. Oh. Oh. It's locked. Shake. Ow! Is this the name? Is it the name of the room? Well done! What is this? What is this name? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020